hallo und willkommen zu einer neuen folge mit unserem projekt ich hab mal ja ich weiß letzte folge ist kurz ganz schnell abgehakt weil ich los muss und ich habe keine zeit gehabt und dann war immer der pc einfach ausgegangen irgendwann und ja in der zeit habe ich eben halt eigentlich so weit alles gebaut also ich habe das raptoren gehe schon mal hingebaut das gucken uns gleich auch an zunächst brauchen wir eben halt eine foundation wo viel ebenheit also wir wollen ja auch alles unter strom haben weil es sind ja raptoren und wir wollen ja auch nicht gefressen werden das erst mal dazu aber ich würde gerne mal da und dann wende vier und dann ein dach so das tun wir dahin das tun wir dahin und die tun wir dahin so weil wir wollen ja die ja unter strom setzen damit die ebenheit auch sicher ja sicher sind so So. Jetzt sind wir hier drinnen und haben unsere Ruhe und ... ja. So, aber jetzt haben wir eben halt die Tür nicht und die Tür, die ist da. Die ist aus Holz. Und ... da ist der Generator. So. Muss dann wohl ein bisschen erweitert werden, aber ... Ups. Aber das sollte ja eigentlich nicht unser Problem sein, eben halt ... ähm ... ... ähm ... ja, also wir haben eben halt ... das ... äh ... ... Raptorenjägel jetzt fertig gebaut und ... ... eins, zwei, drei und ... ähm ... ... müssen es ja noch unter Strom setzen, wie man hier weiß. ... ähm ... ... so ... ähm ... ... deswegen ... wo sind denn die ... ... Kabel ... ... jetzt ... ... die brauchen wir auch. Kabel haben wir jetzt auch und ... ähm ... ... das ... ... mit der Tür ist ... ... irgendwie kacke ... ... ... so ... ... dann haben wir noch den Metalltürrahmen, aber keine ... ... Tür ... ... ... halt ... ... ist ... äh ... ... ist die Arbeit eben halt hier erledigt ... ... so ... ... und ... ... so ... ... und ... ... dann würde ich sagen ... ... den reinen Admin-Zugriff ... ... und ... ... ähm ... ... erstmal ein bisschen ... ... ... ... okay ... ... ... wir brauchen ... ... ein ... ... was heißt ... ... Kabel ... ... ... ... ... ... ... ... das ist ja auch eben halt ohne energie aber wir werden jetzt sehen ob es geklappt hat es ist im betrieb soll ich mal hier nur die tiere fernhalten so esse soll jetzt nichts tolles sein ja bevor wir eben halt wir gehen ja eben hat ja noch aber wir wollen ja eben hätte also ich will zumindest eben halt erstmal gucken sind die anderen auch alle im betrieb ja 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 Die Metallspikes. So, jetzt müssen wir eh wieder das Holz eben halt wegschmeißen, was wir eben halt so oder so ja nicht brauchen. Obsidian weg, also so, ähm. Wie gesagt, ich will nur safe gehen, dass die auch nicht abhundet. Ist, finde ich, am wichtigsten, weil wir wollen ja auch nicht, da wird bringt uns, äh, was bringen die, äh, was bringen uns die Raptoren, wenn sie eh sterben. Da meinte ich eben halt. Ich weiß es nicht. Ich habe eh nicht, dass sie hier durch können. Also, ob sie es überhaupt machen, ist eine andere Sache, aber, weil hier können sie durch. So. Ich habe Angst eben halt, dass uns irgendwann die Raptoren dann einfach sagen, ne, ich habe keinen Bock mehr, ich, ich, ich verpiss mich. Und dann haben wir eben halt Pech gehabt, so. Und wenn sie ja auskommen werden. So. So. Amen. Hier bin ich immer halt mega wichtig, das hätte ich. Deswegen hat die Spikes hier hinstellen. Wir wollen ja nicht das eben halt abhauen, wie gesagt schon. Okay, wir übertreiben es eben halt, aber... Okay, okay. Okay, das ist... Oh, 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 oh! Oh, oh, oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Strom! Okay, ist kaputt. Und das andere. Also, das ist das. Okay. Cheat fly. Cheat fly. in my heart is in he bro dee 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 eee Das ist ja viel zu klein, ok, ich bin jetzt in einer Minute. 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 Der Weg ist versperrt. Ich bin jetzt in einer Minute. 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 So ist das besser. Oops. So. So. Hier. Ah ja. brüten nicht. Alles klar. Alles klar. Da müssen wir jetzt nicht hingucken. Eck. Okay. Okay. Das ist sehr. Gut. Und an T-Rex ein. Aber es sieht nichts. Okay. Dann würde ich sagen, das klappt doch anscheinend wohl nicht mit den Dinosauriers ausbreiten. Aber dann sehen wir uns in der nächsten Folge bei Jurassic Park Arx Survival Evolve. Wir haben einmal das Raptoren Gehege jetzt fertig. Und dann kommen eben halt die Dinosaurier noch dazu. In der nächsten Folge. Tschau tschau.